Ich freu mich jetzt schon. Das ist... Ich freu mich jetzt schon wie ein kleines Kind auf die Eingriffe. Das ist... Ach, herrlich. Okay. Moinsinn. Was gibt's? Erstmal gibt's jede Menge Kisten für mich. Hi. Warum weinst du denn, mein Kleiner? Schade, aber auch... Noch eine Überlebende? Aber ich habe euch nie im Turm gesehen. Wart ihr eine der Assistentinnen des Professors bei den Projekten da unten? Ist er zusammen mit euch entkommen? Er hat sie für mich abgelenkt. Nein, können wir ihn zurückholen? Er hat sie für mich abgelenkt. Ah ja. Das passt zu ihm. Professor Hughes war sehr gewitzt. Will sagen, ist. Er ist sehr gewitzt. Er hat bestimmt einen Ausweg gefunden. Ganz wichtig. Ich habe noch nie was von gehört. Alles da. Der Seelenquell. Jut. Torte. Alles da. Ist, glaube ich, die Stadt oder der Typ? Ich weiß es nicht mehr. Der Ort. Alles da ist abgelegen genug, um nur wenige Besucher anzuziehen. Und bei unseren Forschungen bedeuten wir die Besucher auch weniger Fragen. Oh, ihr meint Agat. Ihr besucht Hughes hin und wieder. Ich habe nie herausgefunden, warum die beiden miteinander auskommen. Ja, seltsam. Denn er ist zwar freundlich, aber ein wenig seltsam. Ihr müsstet ihn in Gorhard finden. Einfach die Straße entfernen. Boah, wer jammert denn da so rum? Könnt ihr gar nicht verfehlen. Ist du das? Wir müssten hier sicher sein. Zumindest für eine Weile. Du bist das. Halt die Fresse. Was machen diese Zuwander so weit westlich? Ernsthaft? Schnauze. Guter nicht. Einige Rehagenzien sind schwieriger zu ehren als andere. Aha. Okay. Ja, dann folgen wir mal der Straße. Ein Elch. Okay. Na, bleib hier. Tod. Kann ich die nicht ausnehmen oder so? Das war dumm. Kann ich offensichtlich nicht ausnehmen. Okay. Wow. Was war das denn? Ich weiß, was es war. Und zwar episch. Aber... Okay. Oh Gott. Ich muss hier erstmal raus. Lass mich erstmal hier raus. Ist gut. Ja. Vier Wölfe sind ein paar viele. Au. Alter. Ja, reicht. So, gibts jetzt mal als erster. Ja, ist gut jetzt. Meine Fresse. Ist ja gut. Noch einer weniger. Ja, so. Jetzt du da. Drecksteil. Mann. Puh. Das war eine dumme Idee, sich da einfach in den Kampf zu stürzen. Keine Reagenzien gefunden. Keine Reagenzien gefunden. Okay. Äh, Höhle. Steinkerzenmine. Aha. Okay. Interessant. Au. Voll dagegen gejumpt. Ähm. Was ist denn die in der Steinkerzenmine? Das würde mich jetzt interessieren. Schauen wir doch mal. Was gibt's denn da so tolles? Hopp, 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 hopp. Muss rein da. Lädt. Boah, die Ladezeiten sind echt arschkurs. Kann man sich noch nicht mal richtig hinsetzen. So. Tür krieg ich wahrscheinlich nicht auf, ne? Doch. Ach du Scheiße. Was sollen denn hier für Gegner sein? Manchmal sind auf deinem Weg tödliche Fallen versteckt. Ich halte die Augen nach Ehren aus, das ist mir hier nichts mehr auf. Dann wird hier wohl einer sein. Ach da. Okay. Will ich die entschärfen oder so? Ne. Okay. Ne Lore. Wow. 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 Ah. Ah. Wow. Das hat mich jetzt erschreckt. Kann ich mir anfallen? Nö. Oh. Alter. Kobolde. Ah. Der hat's... ...ne Menge aushält. So viele Kobolde für meinen Geschmack. Okay. Ja, gut. Kann ich eröffnen, bitte? Schnauze. Schnauze. Ach so, man muss warten. Okay. Äh. Verfehlen ist ja wohl gar nicht drin. Okay, machen wir es mal so. Ey. Ey. Warum... Kann ich mich nicht aus dieser Kombo lösen? Das hätte ich. Stirb. Ich bin nicht sonderlich gut in dem Spiel scheint mir, aber ich denke, das kommt mit der Zeit. Hoffe ich. Wie viele Halltränke haben wir noch? Gegenstände. Ja. Ähm. Zurück. Warum so gut? Vier Stück. Okay. Das hört sich ja nicht schlecht an. Wow, wow, wow. Man sollte jetzt inzwischen mal drauf gefasst sein, dass der dreimal angreift. Ich kann da nicht ausweichen, das ist scheiße. Das ist scheiße. Ich kann mir den Hals nicht vereinen. Oh Gott. Oh, das sind ein paar mehr. Schnauze. Ich kann mir ein bisschen nahe, mein Freund. Auffüllen bitte. Danke. Okay. Möhöhöh. Okay. Hilfe. See you next. Okay. 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 Kann ich auch nicht blocken, ne? Aua. Gott, lass mich in Ruhe. Ich bin grad gestorben, glaub ich. Gibt's gestorben? Super. Letzte Spiegelanlagen, wo hab ich denn... Achso, in der Miene. Okay. Ähm, lassen wir das erstmal, denke ich. Wow. Ich bin, glaub ich, nicht ganz gut in dem Spiel. Ich hoffe, das ergibt sich noch mit der Zeit. Weil bisher bin ich echt wirklich nicht gut. Schauen. Ähm... Ich muss erstmal so ein bisschen... Was war das denn? Ich muss erstmal so ein bisschen lernen, Spielmechanik zu erfassen. Wer bist du denn? Ihr kommt aus dem Turm, nicht wahr? Mein Name ist Agat. Vielleicht könnt ihr einen alten Schicksalsweber... Ja, was ist ein Schicksalsweber? Das ist eine gute Frage. Schicksalsweber betrachten das große Gewebe des Schicksals. Seine Fäden zeigen uns, wie sich ein Leben entwickeln wird. Aber die Zukunft zu kennen und in der Lage zu sein, sie zu ändern, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Schau da auch. Schau da auch. Was ist der von Yus? Erfolg gleichzeitig der seines Todes sein würde. Er hat es ziemlich gut aufgenommen, ehrlich zu sein, auch wenn... Ach, 95%ige Chance heißt dann, dass er mir helfen wird, oder wie? Aber ich schätze ein klein wenig könnte ich euch wohl doch helfen. Im Andenken an Yus oder zur Feier seines Erfolges sucht es euch aus. Was war das denn für ein Übergang? Okay. Na! Ey!